Hallöchen YouTube Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge QuickBadWars und da ist gerade mein Mate runtergejumpt Ist auf jeden Fall der größte Random in der Welt Hallöchen Robin Bis Kotzi Ich habe wieder richtig schön gefällt Erkennt man dich Lappig, ja So kennt man mich, richtig Nein, auf jeden Fall versuchen wir jetzt mal hier durchzurushen, habe ich gehört Ja, solange die Gegner nicht unendlich viel saveen, sollte das eigentlich möglich sein Möglich sein, wir sind da die QBW Pros Ja, es ist ja nur so, dass hier zwei Partys dritten, so zweimal ein Clan-Tech Erster Clan-Tech schon mal raus, würde ich damit sagen First Rush Kotzi Oh, schießt hinter mir, war einer Ja Nö, aber Ja, ne Hat ja nicht immer was auszusagen, dass es Partys gibt, oder? Nee, aber bei Partys gibt es immer was leckeres zu trinken und zum Essen Jetzt kriege ich Hunger, Mann Hör auf von Essen zu reden Jetzt muss ich mir wieder von meiner Mutter was bringen lassen Dann ist die wieder sauer, dass ich mir das nicht selber hole Oh, bester Trick EU-West Junge, hast du das gesehen? Nein, ich war grad bei Gelb Schade 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 Schokolade Oh Mann, das war der beste Trick gegen Grand-Nips EU-West Wirklich ey So kommt man immer durch Sag ich euch In der Mitte ist ein roter, der save gold Kannst du runterspringen Denn wir bekommen Such Von den gelben Ha, fuck ja, bin da Scheiße, hätte fast den roten bekommen Kriegst du die noch ein bisschen aufgehalten? Ja Super, dann mach ich mir auch noch Habt in einen Okay, er ist in der Mitte gelandet Kannst du mir schnell ne Werkbank kaufen? Ja, mach ich Mach mir selber eine Ich hab schon, ich hab schon Hier Bessere, das ist die bessere Ja, danke Das ist die beste Werkbank auf der Welt Oh, sogar ein Eisen Von Herr Werkbank Spass Okay, der war flach Oh mein Gott, er schlägt mir auf Schiech Achs 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 ist ein schönes Deo Kauft es Heulewitzka Ich krieg heute echt wieder wenig Knockback Das gefällt mir Baby-Mod-Univers Ja Sorry Leute, jetzt ist es raus Ich hacke Jetzt steht wieder in den Kommis Du bist viel zu schlecht Um zu hacken Kommt ja auch Ich hab nie gesagt, dass es anders ist, oder? Ja Oh Mann Oh Mann Oh Mann Der kennt schon wieder fully cool beim Bett Welches Team? Gelb, ne? Gelb Warte, ich komm mal zu dir Warte, ich sag jetzt einfach dafür, dass deren Bett gleich automatisch abgebaut wird Nee, ich will den Zeitbonus Er blockiert halt die ganze Zeit gegen die Wannen, was ist mit ihm? Hiiii Ah, da kommt ja einer! Hiiii Oh, 23 Eisen Was? Deine Hits? Ich geh ihm verkaufen Robin verliert gegen den Random, er kann verkaufen gehen Er spawnt Innen- und Außeneisen? Ja Habs ich, oder ist das ein Bug? Äh, ne, es soll so Der Rote kommt zu euch Zu uns, super Lass ich ihn mal Wieso geht der Spacken auf mich? Doch nicht Okay, er geht da rein Bam, so macht man das Nein! Ja War doch ne schöne Runde und diesmal hab ich auch was gemacht, oder? Ja, Batman Jaaaa Ja, okay Wie immer kein Thema dabei gewesen, glaub ich nicht Ich glaub beim Robin vorbei Bist ein nicer Dude Verdient mehr Abos Alle jetzt auf den Link in der Beschreibung klicken Und dann auf den Abonnieren-Button drücken Wenn euch dieses Video gefallen hat Ich warte mal so, bei 2000 Abonnenten hallo sich dreimal Lifetime Premium Pfff Er könnte nicht Okay Leute Also, ich wünsch schon mal Abonnieren Ich kann eh die 2000 Fehlen noch 500 Innerhalb der nächsten 5 Stunden 12.000 12.000 12.000 12.000 Jungs 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 5 Stunden So lange dauert das Video schon zum Uploaden, Mann, bei mir Mann Ja, wenns Video online ist Okay, wenns Video online ist Ab dann, 5 Stunden Zeit Wenn er vorher Oder in der Zeit, wenn er gesagt Die 2000 Abos knackt Macht er Einmal Lifetime Premium Verlösung Komm Drei Mal Dö Dö mit A Nein, tschau mit V Tschau mit V Gruß mit Fuß